I am bored. What should I do? Ah, ich weiß. Give me a chance. Hallo und willkommen. Ich bin Meister Lehnzehr and this is Vlog Dave. Und heute sprechen wir wieder auf Deutsch und wir spielen, naja, ein Spiel, wo wir uns gegenseitig Fragen stellen. Eigentlich ist es kein Spiel. Wir stellen uns gegenseitig Fragen auf Deutsch, beantworten sie auf Deutsch, für euch zum Hörverständnis trainieren und für uns zum Spaß haben und für alle Deutschen oder Deutschsprachigen, die zugucken, ebenfalls zum Spaß haben oder, ja, ich hoffe es jedenfalls. Genau. Du kamst gerade eben auf das Wort spielen, weil wir nämlich davor schon ein Video aufgenommen haben, was euch, glaube ich, auch ganz gut gefallen könnte, nämlich haben wir Stadt, Land, Fluss gespielt. Skate-Gory heißt es anscheinend auf Englisch. Skate-Gory. Skate-Gory oder so. Und ich glaube, das könnte euch auch gut gefallen. Ich glaube auch. Und ich würde sagen, wir legen mal los, weil wir haben nicht ganz so viel Zeit gerade. Die erste Frage, Dave, würdest du lieber extrem intelligent sein oder extrem gut mit Menschen umgehen können? Boah. Ja, also ich habe eben schon mal kurz überlegt, ich würde wahrscheinlich lieber extrem intelligent sein können, damit ich die Welt und die Menschheit an sich vorantreiben kann. Ich glaube, das wäre mir wichtiger, tatsächlich als jetzt der charismatischste Typ zu sein, den es gibt. Ja. Auch wenn wahrscheinlich das Leben als so ein superintelligenter potenziell eher einsam ist, weil die Menschen um dich herum dich nicht verstehen und du merkst, dass halt jeder um dich herum irgendwie dümmer ist, in Anführungszeichen. oder das ja nicht auf deinem Level einfach agieren und so, weiß ich nicht, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Und du wirst vielleicht so dann als Klugscheißer angesehen von den meisten, weil du halt wirklich alles weißt oder ganz viel und alles erklären kannst. Das mögen ja viele Leute nicht. Was würdest du sagen? Schwierig. Die Frage ist ja auch, wenn ich die Intelligenz wählen würde, ob ich mir dann nicht Möglichkeiten erschließen könnte, um gut mit Menschen umzugehen. Also das kann man wahrscheinlich nicht so ganz lernen. Das muss man wahrscheinlich irgendwie als Gabe haben, Empathie und solche Sachen. Was? Was ist das denn? Aber andererseits kann man ja auch dieses, mit Menschen gut umgehen können, kann man ja auch negativ deuten, so ein bisschen manipulativ drauf zu sein zum Beispiel. Ja, aber ich glaube, hier ist eher das Positive gemeint. Ja, du baust dir so eine Manipulationskappe. Wenn du so superintelligent bist, kannst du jeden hypnotisieren oder so. Ja, stimmt. Hashtag creepy. Ja gut, dann haben wir das geklärt. Also nee, haben wir nicht. Was würdest du denn lieber machen? Ich glaube auch Intelligenz. Ja, das ist irgendwie hilfreicher, glaube ich generell. Also naja, kommt drauf an. Also eigentlich ist es traurig, aber es ist wahrscheinlich so, dass man als intelligenter Mensch besser durch das Leben im Allgemeinen kommt als jemand, der gut mit Menschen umgehen kann, weil man hat ja auch viele Vorgesetzte in Firmen, die absolut keine Führungspersönlichkeiten sind, aber trotzdem Chef sind und das dann trotzdem halt sehr stark, so diktatorisch vielleicht ein bisschen regeln und alles sehr streng regeln und das funktioniert halt trotzdem. Ich weiß nicht, ich habe aber auch mal gehört, dass gerade halt so Leute, die sich, die gut manipulieren können halt und so, die gerade oder dass die gerade an die Führungsposition auch kommen. Ich weiß es nicht. Was meint ihr? Lasst es uns wissen. Also intelligent. Okay. Gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat? Boah. Deep Question. Knaller Fragen. Tiefe, tiefe Frage. Tiefe sagt man gar nicht. Meine Geburt. Tiefgründige. Ja, nee, das zählt nicht. Ja, gut, klar, ne? Buh. Buh. Bei mir war es, glaube ich, halt einfach, ich meine, das ist ja, wir haben gestern auch so ein Spiel gespielt, das heißt Until Dawn, da wird jede kleine Entscheidung quasi als Butterfly-Effekt, als Schmetterlings, oder? Und das wird auch zehnmal im Spiel. Ja, Schmetterlings-Effekt bezeichnet, weil halt jede kleine Entscheidung, die du im Leben triffst, potenziell dein ganzes Leben verändern kann. Das sieht man ja selbst, du lernst einen Menschen kennen, das verändert alles, du gehst mal statt die Straße links runter, rechts runter, du triffst da wen, den du sonst nicht getroffen hättest, sonst sowas. Und bei mir war es, glaube ich, einfach die Entscheidung auch, dass ich YouTube als Job machen möchte und das halt versuche. Hätte ich das nicht gemacht, dann würden wir uns nicht kennen, dann würde ich ganz viele von meinen ausländischen Freunden nicht kennen, höchstwahrscheinlich jedenfalls und ein ganz anderes Leben führen, höchstwahrscheinlich. Ja. Das ist auch das, was mir gerade eben so als erstes einfiel, also so generell was auf YouTube gemacht zu haben und auch bewusst aufgeschlossen zu sein, andere Leute kennenzulernen. Weil ich war nämlich ganz früher, bevor ich mit YouTube angefangen habe, 2011 relativ introvertiert tatsächlich. Und wäre, glaube ich, nicht so auf andere Leute zugegangen. Aber durch YouTube unter anderem und dadurch, dass ich ein bisschen älter geworden bin und so, hat sich das halt ins Gegenteil verkehrt. Heute bin ich eigentlich ziemlich extrovertiert und bin da auch sehr glücklich drüber, muss ich sagen. Also ja, das wäre, glaube ich, auch so, dass man so in die Öffentlichkeit gegangen ist, sage ich mal, online. Ja, nice. Nächste Frage. Welches gefährliche Tier hättest du gerne als Haustier, wenn es die Größe eines Kaninchens hätte? Geile Frage. Richtig gut. Weiß ich nicht. Ein T-Rex? Nee, der wäre immer noch gefährlich als Kaninchen. Der würde dich beißen. Das wäre dann wie so ein kleiner Schiwawa, der ganz aggressiv ist. Nur halt als T-Rex. Obwohl so ein Saurier, aber gefährlich steht da. Also darf es kein Pflanzenfresser sein. Pflannosaurus. Pflannosaurus. Pflannok, die sind auch schon gefährlich. Wer heißen die nochmal? Hier, die haben so einen Kugelschwanz, so eine Art Morgenstern. Ankylo? Nee, war das? Ankylosaurus? Ich weiß nicht, mir fällt mir gerade nur ein. So ein, das wäre schon cool, glaube ich. Aber vielleicht wollen die auch Tiere von heute hören in der Frage. Ein Wolf, die Größe eines Kaninchens. Das wäre schon irgendwie cute. Gut, das wäre dann halt ein kleiner Hund. Naja, das ist ein bisschen lame vielleicht. Wölfchen. Weiß ich nicht. Die Größe eines Kaninchens. Ein Tier. Gefährlich. Hm. Löwe? Habe ich auch erst überlegt. Oder ein Tiger. Aber wenn ich das auf Kaninchengröße, den Tiger auf Kaninchengröße hätte, kann ich mir auch eine normale Hauskatze nehmen, theoretisch gesehen. Ja. Also, ich habe sonst überlegt, so ein Nilpferd oder ein Flusspferd. Weil das sind die gefährlichsten Tiere, was glaube ich viele Leute gar nicht so wissen. Sackgefährlich sind die. Die sind richtig gefährlich. Die stoßen ja auch gerne mal so irgendwie Floß und sowas um auf dem Amazonas zum Beispiel, wenn da Leute herfangen. Schön. Nett. Wie nett. Ja, okay. Dann beantworten wir die Frage so, wie wir sie beantwortet haben. Mit mehreren Auswahlmöglichkeiten. Ja, eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Die gefallen mir sehr gut hier bisher. Welches ist das beste Buch, das du je gelesen hast? Ich sage lame Antwort, weil ich die immer sage, Herr der Ringe. Weil mir das einfach so gut gefällt. Und um ehrlich zu sein, lese ich auch nicht so viel. Und das war halt schon so ein Mammutprojekt für mich persönlich, als, sage ich mal, wenig Leser. Damals noch ein bisschen mehr, heute weniger. Aber Herr der Ringe toppt meistens alles in meinem Ranking. Für gewöhnlich lese ich jetzt nicht so wirklich viele Romane, sondern wenn überhaupt eher so Sachbücher oder Biografien oder so. Ich bin auch nicht so die Leseratte tatsächlich. Würde eigentlich gerne auch mal mehr lesen. Ohne Ratte. Ich bin nur eine Ratte ohne Leser. Eine Rattenleser. Aber ich würde sagen, wer bin ich und wenn ja, wie viele von Richard David Precht, deutscher Philosoph. Ich glaube, das sagst du auch jedes Mal. Weil es auch so ist. Das fällt mir nur wieder ein gerade. Who am I and if so how many? Super Buch. Und das erklärt so ein bisschen Philosophie, aber halt auch in Verbindung zu Biologie, Psychologie. Also wie funktioniert Moral? Wie treffen wir Entscheidungen? Wie kann man ein gutes Leben führen? So nach dem Motto. Ja, schön. Und das ist sehr interessant. Klingt gut. Ist es auch. Okay, nächste Frage wäre, bei welchem Film musst du lauthals lachen, auch wenn du ihn alleine schaust? The Big Lebowski. Ja? Das ist ein guter Film. Der ist super. Das ist ein guter Film. Ich habe den letztens erst wieder gesehen. Ich liebe den Dude. Ah, den habe ich aber auch schon lange nicht gesehen. Ich erinnere mich nicht, wie meine Reaktion bei dem Film war, ob ich da wirklich laut gelacht habe oder nicht. Also ein Film, den man wirklich richtig witzig findet. Boah, da gibt es fast keinen bei mir. Also ich erinnere mich jedenfalls nicht an irgendwas. Kennst du Stiefbrüder? Stepbrothers? Nee. Shaun of the Dead? Ja, aber lauthals lachen wirklich. Wo man so ho 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 so oder wirklich sich nicht, also wo das nicht bewusst ist, wenn man hier zusammensitzt, so ho ho ho, wie lustig, so. Nee, sondern wirklich einfach, weil man lachen muss. Das ist selten bei mir, dass ich da was habe, was mich richtig triggert. Ich gucke aber meistens auch nicht so viele Komödien, muss ich sagen. Nee, ich auch gar nicht. Gar nicht. Ich glaube, der letzte Comedian-like-Movie, den ich da geschaut habe, Comedy-like-Movie, war Free Guy mit dem, wie heißt er nochmal, der der Deadpool gespielt hat. Ja, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, genau. Den fand ich tatsächlich ziemlich lustig, irgendwie der war ganz gut, aber ich erinnere mich nicht, ob ich da laut gelacht habe. Hast du bei Deadpool lautstark gelacht? Manchmal, glaube ich, ja. Ja, kann sein. Ich erinnere mich aber nicht mehr. Deswegen, schwierig. Das ist aber auch merkwürdig, dass ich mich nicht erinnere. Das ist weird. Er hat keine fröhlichen Momente. Nö, ich bin nie fröhlich. Ich lache auch nie. Never. So, dann machen wir weiter. Meer oder Berge? Berge. Same. Wobei ich das Meer auch schön finde, aber ich bin nicht so der Schwimmer. Und ich würde mich auch nicht weit ins Meer hinaustrauen selber. Weil du nicht schwimmen kannst. Ich kann schwimmen, aber halt nur so mehr theoretisch als praktisch. Ich kann mich über Wasser halten, so ein paar Meter. Ich weiß nicht, ob das zählt, Dave. Und auf Bergen habe ich das Problem nicht so. Naja, am Bergsee vielleicht. Das wäre auch geil. Aber da kann man auch ertrinken. Umgehst du die Frage einfach. Ja. Okay, Dave, wärst du lieber weniger attraktiv und steinreich oder extrem gut aussehend, aber dafür arm. Also sehen wir das mal als Startpunkt an. Weil es kann sich ja danach noch entwickeln. Boah. Das ist auch wieder so ein Hammerding. Also ich wäre wahrscheinlich potenziell für extrem gut aussehend. Weil wenn du extrem gut aussehend bist in dieser Welt, dann kriegst du einfach alles nachgeschmissen. Du hast mehr Möglichkeiten, dadurch im Zweifel auch steinreich zu werden. Du musst dir nur ein Onlyfans-Account aufmachen in heutiger Zeit. Und die schmeißen dir das Geld nach, als würde es das umsonst geben. Wann machst du noch keinen? Ja, genau. So Bilder von deinen Füßen machen. Nein, wir reden von extrem gut aussehend, wirklich so in den Top 1% wahrscheinlich. So die Leute, die so richtig heiß einfach sind. Und ja, ich glaube, das bringt dir viel mehr als, was war das andere, wenn du reich bist. Ja. Weil du verdienst relativ easy, glaube ich, Geld, wenn du so gut aussehend bist. Das kommt natürlich darauf an, wenn du extrem gut aussehend bist, aber eine richtig beschissene Persönlichkeit hast. Ich meine, erst mal werden dir die Leute trotzdem alles zu Füßen legen, sage ich mal. Aber wenn die dann vielleicht später merken, dann kann es sein, dass du dann Schwierigkeiten bekommst. Ja. Weiß ich nicht, schwierig. Vielleicht revidiere ich das, aber nee, ich glaube, ich würde trotzdem extrem gut aussehend sein wollen, lieber. Ich stelle mir das einfacher vor. Weiß ich nicht, aber vielleicht liege ich da auch falsch. Ich weiß nicht, ob das ein Trugschluss ist, vielleicht. Ja, ich meine, mit dem Geld ziehst du notfalls auch Leute an, aber wahrscheinlich auch Leute, die du nicht anziehen möchtest. Ja. So, die dich ausnutzen wollen. Andererseits, wenn du nicht der Schönste bist, aber viel Geld hast, kannst du ja zum Beispiel auch Schönheitsoperationen vornehmen lassen und dadurch... Aber ehrlich, das würde ich, glaube ich, nicht machen. Nee, ich auch nicht. Das ist weird. Dann sieht man irgendwann aus wie ein ganz anderer Mensch. Nee, möchte ich nicht, glaube ich nicht. Ich meine, Elon Musk zum Beispiel, der hat ja auch so ein paar Sachen machen lassen. Der hat seine Hairline, glaube ich, wieder repariert und ich glaube sogar seinen Kiefer irgendwie. Das sieht ein bisschen danach aussehen, weil sie hat was machen lassen auf jeden Fall. Ich mag dich so, wie du bist. Ja, ich mag Elon auch so, wie er ist. Mein Spaß. Ein typischer Vuko. Ein typischer Vuko. Nee, aber ja. Nehmen wir mal die nächste Frage. Wenn du ein Video von einer Situation aus deinem Leben haben könntest, welche Situation würdest du wählen? Das ist bei uns ein bisschen blöd, weil wir haben Videos von Situationen im Leben und sag nicht die Geburt, das möchte ich nicht. Nein, das möchte ich auch nicht. Der eine Tag, ich glaube im Jahr 2013, wo ich mich selber aus meiner Wohnung im Pyjama ausgesperrt habe, als ich eine Spinne, die neben mir an der Wand krabbelte, mit meiner Fliegenklatsche in den Hausflur befordern wollte, mit ausgestrecktem Arm. Und dann hatte ich die Spinne dann im Treppenhaus und dann ist die Tür hinter mir zugefallen. Es war kein anderer Hausbewohner im Haus, den ich hätte fragt. Wow. Mein Vermieter war auch nicht da. Schön. Und dann bin ich im Pyjama zum Nachbarhaus gegangen, mit der Fliegenklatsche in der Hand. Die habe ich nicht losgelassen, warum auch immer. Geil. Und habe dann da gewartet, bis mein Vermieter eine Stunde später kam. Wow. Ja. Das wäre, glaube ich, interessant gewesen. Das werden die nie vergessen, die Nachbarn. Das Video zu sehen. Geil. Bei mir. Ach, ich weiß nicht. So eine Aufnahme, wo ich mit meinem großen Bruder vielleicht irgendwie im Pleasuredome in so einem Club war. So eine Disco. Alternativer Rock-Disco. Weiß ich nicht. Da ein paar Aufnahmen von so als Erinnerung. Das fände ich, glaube ich, irgendwie ganz schön. Das habe ich halt nicht. Aber ja, genau. Jo. Oder beim Festival oder so. Dann die nächste Frage. Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun? Wir haben ja gerade darüber geredet, investieren zum Beispiel wäre das bei mir, weil man muss das Geld ja eigentlich überhaben dafür, aber das ist immer so eine Sache. Man weiß ja auch nicht, ob man es über hat, so richtig, weil es kann ja alles Mögliche an Sachen passieren, Investitionen kommen und so, die man tätigen muss halt außerhalb von Aktien und so weiter und so fort. Ja, deswegen, das ist so eine Sache, die würde ich gerne machen, aber habe ich bis jetzt noch nicht. Ja, das fände ich auch interessant und mal wieder in einer Band zu spielen tatsächlich und dann halt auch live aufzutreten, denn das war der Punkt, zu dem wir damals, als ich in einer Band war, nicht gekommen sind, weil wir dann vorher uns quasi wieder aufgelöst hatten aus Zeitgründen. Wir waren halt alle noch im Studium und so und da hätte ich mal wieder mega Bock drauf, generell mal wieder Musik zu machen, Instrument halt mal wieder ein bisschen zu lernen und so, ja, solche Sachen. Ja, das ist auch schön. Sich künstlerisch da auszutoben. Okay, nächste Frage. Wenn du eine beliebige Aktivität zu einer olympischen Disziplin machen könntest, bei welcher hättest du die größten Chancen, eine Medaille zu gewinnen? Das ist eine geile Frage. Viele Salzbrezeln am Tag essen. Ja. Ich glaube, ein Esswettbewerb gibt... Also, ich esse mehr davon, als gesund ist, glaube ich. Isst du jeden Tag Salzbrezeln? Diese Snacks? Ja. Wow. Ich liebe Salzbrezeln. Ja, die sind schon geil. Aber da Salz natürlich auch nicht so ganz gesund ist in solchen Massen, ich weiß das, aber die sind halt lecker. Interessant, das wusste ich nicht. Ich weiß halt, dass du die gerne magst, aber ich wusste nicht, dass du die jeden Tag isst. Also, wenn ich die habe, dann esse ich die jeden Tag eigentlich so ein bisschen. Kaufst du die dann auch jeden Tag? Nee, aber... Oder für jeden Tag? Ich kauf mir meistens so drei, vier Packungen. In der Woche? Ja, alle zwei Wochen circa. Aber die reichen dann halt auch so. Ach so, dann isst du ja aber jetzt nicht unendlich viele. Nein, ich esse jetzt nicht eine Packung pro Tag oder so. Okay, okay. Nein, das jetzt nicht. Das wäre was anderes. Aber... Weil wenn ich die Packungen habe und ich Bock auf Salzbrezeln habe, dann ist so eine Tüte mal nix. Ja, ja. Also, das wäre gefährlich bei mir. Wohingegen ich bei Chips eigentlich eine gute Disziplin habe. Echt? Da kann ich auch gut sagen, so, nee, das reicht jetzt für heute. Schluss. Nö, aber ich nicht. Deswegen darf ich die eigentlich gar nicht im Haus haben. Ja, bei mir die olympische Disziplin ist richtig schwierig, das einzuschätzen. Ich habe so überlegt, D&D spielen. Ja, das wäre jetzt auch so eine Idee gewesen. D&D Olympiade wäre aber mal geil. So generell, also Dungeons & Dragons, so eine Rollenspiel-Olympiade, wo man vielleicht so verschiedene Gruppen mit jeweils einem Meister hat und die müssen alle dasselbe Abenteuer spielen. Ich glaube, das gibt es tatsächlich oder gab es schon mal, aber nicht als Wettbewerb oder so oder vielleicht doch. Die heißen, glaube ich, West, wie heißt das nochmal, irgendwas, West Run oder West West Marshes Abenteuer oder so. Das ist normalerweise halt im Internet. und da gibt es einen Discord-Server zum Beispiel und West Marshes heißt das, glaube ich. Und dann vergleicht man, glaube ich, oder das sind aber nicht mehr dieselben Abenteuer, sondern da gibt es halt so eine Hauptstadt, wo man sich wieder trifft und dann wechseln mal die Abenteurer quasi die Gruppe und so und den Meister. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und das quasi als olympische Disziplin, wo halt immer dasselbe Abenteuer gespielt wird und welche Gruppe das zuerst schafft. Das könnte halt so ein One-Shot sein für einen Abend oder so. Und D&D-Speedrun. D&D-Speedrun-mäßig, ja. Wobei das natürlich so ein bisschen dem Konzept D&D so ein bisschen widerspricht, weil man dann alles so durchpeitscht. Ja, klar. Genau, dann darf man nicht viel Rollenspiel erwarten wahrscheinlich. Obwohl manche Aufgaben sollten da halt drin sein, die nur mit Rollenspiel gelöst werden können und wie die SpielerInnen dann sich quasi verhalten und das lösen. Fände ich cool. Ja, ja. Und ja gut, ob ich da jetzt die besten Chancen habe, ist so dahingestellt, aber da hätte ich Bock drauf auf jeden Fall. Er macht das schon gut. Ah, danke, danke. Wie würde dein ultimatives Traumhaus aussehen, ist die nächste Frage. Ich hätte gerne, glaube ich, ein Haus auf so einem Berg, so der so einen Wald überblickt, so einen Hügel quasi, so einen größeren, also vielleicht sogar schon so einen Berghang irgendwie, so mit ganz großer Glasfront, die so auf den Wald runterblickt, wo dann quasi so ein Kamin noch drin ist und eine große Couch und ein großer Tisch, wo man mit Freunden spielen kann, was machen kann oder so. Also ich glaube, dann hätte ich gerne auch noch so einen kleinen Pool, ein Schwimmbad oder sowas mit drin, also wirklich so eine Villa halt schon. Und ja, vielleicht eine Bibliothek selber noch mit drin, aber alles. Vielleicht auch so einen Turm, so einen Bibliotheksturm, der dann nach oben rausgeht, aber der auch so eine Glaskuppel oben hat, wo man sich reinsetzen kann und dann noch eine bessere Aussicht hat, theoretisch oder so. Ich glaube, das wäre geil. Und da noch so ein Teleskop, so ein riesen Weltraumteleskop, so ein Observatorium. Ja, das wäre schon nice. Das klingt auf jeden Fall gut. Ich glaube, so eine große Badewanne. Ja, ja, eine Badewanne. Badewanne. Oder Whirlpool oder sowas. Definitiv. Was ich immer sehr cool finde, da gibt es bestimmt auch irgendwie so einen architektonischen Fachbegriff für diese japanischen Häuser. Magst du japanische Gebäude? Ja. Die so ein bisschen so schön geschwungenen Formen haben. Ryokan. Ja, genau. Glaube ich. Ich weiß aber gar nicht, ob man das in Deutschland halt so ohne weiteres bauen kann, als Einzelhaus, sage ich mal. Also ich weiß nur, dass in Ryokan halt diese, das ist so ein japanisches, traditionelles Haus, was du, da kannst du dich halt einmieten, wie so ein Hotel, glaube ich, mit so traditionellen Räumen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Haus so heißt oder ob das ein Name für das Etablissement ist, sage ich mal. Keine Ahnung. Also Whirlpool fände ich cool, auf jeden Fall. Sauna vielleicht. Ja, ich bin nicht so ein Saunagänger, aber. Musst du ja auch nicht rein, reicht ja, wenn ich da gehe. Ach ja, ist ja dein Haus. Ist ja mein Haus. Billiardraum vielleicht. Einen Lahnraum wäre auch noch geil. Einen Lahnraum wäre geil. Oder so ein riesiges Gaming-Zimmer halt einfach. Definitiv. Oh, ein Studio. Definitiv höre ich immer nur bei dir. Ein Studio, wo man so Sachen aufnimmt für YouTube oder so halt oder so ein Filmstudio quasi mit drin so ein bisschen und ein Voice-Over-Raum. Ja. Und so, das wäre geil. Definitiv. Definitiv. Professionelles Aufnahmestudio. Ja. Sonst noch was? Nö, ich glaube, das wäre es fürs Erste. Nice. Ja, das baut uns mal. Danke. Eigenes Kino. Ja. So ein Kino-Raum wäre auch geil. Ein Kino-Raum wäre super. Heimkino. Glaubst du, dass Kinder, die heute geboren werden, ein besseres oder schlechteres Leben haben, als ihre Eltern haben werden? Also, oh, ob die Zukunft gut aussieht für uns oder nicht, für die Menschheit. Also ich meine, wenn man das jetzt aktuell mit dem aktuellen Wissenstand und wie es aktuell so aussieht weltweit. Schwierig. Würde man, oder würden, würde ich jetzt mal vermuten, viele Leute eher zu einer pessimistischen Betrachtungsweise tendieren. Kommt drauf an, wie das jetzt sich entwickelt in den nächsten Monaten. Ja. Wobei man trotzdem ja immer noch im Blick behalten muss. Ich finde, das geht manchmal so ein bisschen verloren auch aktuell. Bei allen schlechten Sachen, die auch natürlich schlecht sind. Wir in Deutschland zumindest, in der westlichen Welt, in westlichen Industrienationen, haben es trotzdem noch mit am besten getroffen, weltweit betrachtet. Also, wir haben unseren Wohlstand natürlich auch auf vielen Sachen aufgebaut, wo andere Länder runtergelitten haben. Das muss man auch sagen. Auch wenn das keine populäre Meinung ist, aber es ist so. Und ja, also ich glaube, unsere Kinder haben noch Chancen, durchaus auch ein gutes Leben zu führen. Ich bin halt auch da so ein bisschen zum Zweckoptimisten geworden, muss ich sagen. Aber ich weiß halt nicht, dieses, was man nach dem Zweiten Weltkrieg hatte, dass es die Kinder immer besser haben werden als die Elterngenerationen. Mehr Jobmöglichkeiten und so. Ja, durchaus, durch technischen Fortschritt und die ganzen Sachen. Es gibt ja heute zig Millionen Jobs, die es vor zehn Jahren teilweise noch gar nicht gab. Im digitalen Sektor zum Beispiel. Und das wird ja auch immer so weitergehen, in nächster Zeit, soweit man das abschätzen kann. Aber die weitere Auswahl, ich habe das selber ja gemerkt, als ich überlegt hatte, was möchte ich beruflich machen, dass du so viel mehr Auswahl hast, ist nicht unbedingt immer ein Vorteil, weil du halt dann einfach nicht weißt, was will ich machen. Ja. Also ich glaube persönlich schon, dass die Kinder der jetzigen Generation es besser haben werden. Ich kann mir vorstellen, dass es erstmal schlechter wird für eine Weile. Bevor es besser wird. Aber generell bin ich da sehr positiv eingestellt, auch was die ganzen neuen Technologien und Entwicklungen angeht, glaube ich schon, dass sich das positiv entwickeln wird. Wir können ja auf dieses Video in zehn Jahren zurückblicken und schauen, was passiert ist und dann das Reviewen. Reaction machen. Reaction, wenn das dann noch möglich ist. Ich hoffe doch. Ja, so pessimistisch sind wir mal nicht. Nee. Aber ja, ich würde sagen, damit beenden wir auch diese Runde. Das war eine sehr schöne Fragerunde. Interessant. Fast schon ein Podcast, aber dafür nicht lang genug. Deswegen einfach nur als normales Video auf dem Kanal. Wenn ihr öfter solche Videos haben wollt, dann lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen. Gebt doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und auch vlog Daves Kanal, wenn ihr mögt. Und ich würde sagen, danke Dave fürs mitmachen. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Und apart from that, thank you very much for watching. Don't forget to get Germanized. Goodbye and auf Wiedersehen. Bye. Bye 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 bye.